Hallo und willkommen zu der RestableTop und heute gibt es ein Re-Upload von einem Video, das ich schon mal gemacht habe. Aber ich habe ein paar Sachen an dem Panzer verändert und deswegen mache ich das Tutorial nochmal. Also wie habe ich den Duck Panzer III angemalt? Ja, also folgendes. Ich habe ihn erstmal geprimed mit Army Painter Wraithbone, wie man hier unten sehen kann. Das ist ein sehr, sehr ausgeblichenes, sandfarbenes Ding. Hier nebendran könnt ihr dann Sandry Dust sehen, das ist zu dunkel. Ich glaube, nachdem ich es geprimed habe mit Sandry Dust, sah es ziemlich gut aus. Aber ich habe hier sozusagen diese Vallejo German Armor und da ist dabei Dark Yellow und Buff und Dunkelgelb und Buff ist beige. Das ist zu dunkel, das ist zu hell. Deswegen, ich habe da glaube ich einen Mix 50-50 aus allen beiden gemacht. Vielleicht noch ein bisschen Sandry Dust dazu. Und dann habe ich hier einfach drüber gebrushed. Hier sieht man noch ein paar von den ganz hellen Stellen. Aber ich glaube, ich habe dann einfach über die Mini großzügig über alle Stellen drüber gebrushed damit. Dadurch haben sich dann auch schon hier und da ein paar, wie sagt man, ja, hat sich ein bisschen auch schon was abgezeichnet. Einfach, das sah dann schon cooler aus. Dann habe ich es großzügig gewasht, vielleicht ein bisschen zu groß, großzügig mit Soft Tone. Und hoffentlich nicht Strong Tone, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier schon starkes Weathering walten lassen. Und, genau, warte, machen wir es mal so. Genau, ein bisschen besseres Licht. Und dann habe ich sozusagen hier und da mit dem Pinsel, man nennt das glaube ich Streaking, einfach, dass es aussieht, als ob hier Sachen so runtergetropft sind oder eingetrocknet sind. Und dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, diese Kanten. Die sind in dem Vallejo Farbset, ist auch noch eine Grau dabei. Und zwar heißt die German Grey. Das ist eine sehr, sehr dunkle Grau, wie ihr sehen könnt. Und das sieht super aus. Also, wenn man hier dann dieses Chipping macht mit einem Schwamm, da geht man dann über die Kanten, so wie hier. Und dann sieht das schon sehr gut aus. Also, manche benutzen da schwarz zum Chippen. Finde ich okay. Aber das Grau hat einfach nochmal einen besseren Effekt. Da muss man dann gar nichts mehr groß machen. Das sieht dann einfach, als ob dann die Farbe aufgeplatzt ist und das Grau einfach drunter hinweg scheint. Monfang Brown habe ich hier hinten auf diesen Fuel Tank, wie sagt man auf Deutsch, auf den Benzinkanister. Und auch die Tracks, glaube ich, also die Ketten hatte ich, glaube ich, ich glaube es war, ja, schwarz und braun. Dann noch die, die, ja, hier von der Seite habe ich es nicht gemacht. Aber ja, sozusagen die Reifen, schwarz bemalt, überall reingewasht, ein paar Decals drauf. Und, ähm, ich glaube, dass, ich habe auch noch dieses Vallejo Infanterie Set. Und ich glaube, hier habe ich entweder das Luftwaffengrün genommen, aber ich glaube, das ist ziemlich stark. Ich glaube, ich habe das German Field Grey. German Field Grey ist eigentlich ein Grün. Und zwar glaube ich, dass es dieses Grün ist, was man hier sieht. Und das habe ich dann verwendet und benutzt. Und wie ihr sehen könnt, ähm, sind, also Monfang Brown ist drauf, schwarz für die Reifen, ähm, ein bisschen Soft Tone oder Strong Tone. Und für dieses Geschirr meistens auch dieses Grün und Braun und ein bisschen, äh, Citadel Lead Belcher, glaube ich. Ich habe auch von Vallejo mir einen Silber gekauft, aber war mit dem Farbton nicht ganz zufrieden. Genau. Und ich glaube, es macht einen ganz guten Eindruck. Ähm, ich hoffe, man sieht es ganz gut. Ähm, ja. Viel Spaß auf jeden Fall beim Bemalen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann einfach unten in den Kommentaren, dann mache ich ein Video. Wir sehen uns. Ich freue mich. Das war's.